Da gibt es diesen Funken, diesen Glanz, den habe jetzt nur ich und das kann jeder finden in sich. Und ich glaube, wenn du dir dessen bewusst bist, dann ist deine Wirkung auch besonders groß. Und damit herzlich willkommen beim Impressionate Deep Dive, wo echte Wirkung entsteht. Und heute tauchen wir wirklich tief, denn ich habe heute den Gast oder die Gästin bei mir, die ich mir von Anfang an für diesen Podcast gewünscht habe. Du darfst wirklich gespannt sein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Claudia Stöckel, tatsächlich ist es so, wie ich gestartet habe mit Impressionate Deep Dive, vor allem gedacht, ich muss alles versuchen, um dich, liebe Claudia, hierher zu bekommen. Denn wenn ich mit irgendwem über Charisma und über Menschen und Wirkung reden kann, dann mit dir und dann freue ich mich wirklich riesig, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt. Du hast auch E-Mail-mäßig mich immer so wertgeschätzt und mir das Gefühl gegeben, dass du wirklich gerne hören möchtest, was ich da erfahren habe durch meine vielen, vielen Jahre Frühstück bei mir. Ich bin sehr gerne da. Ich freue mich auch deswegen so und bin, wir haben vorher kurz geplaudert, du hast mit mir eine Insta-Story, eine kurze gemacht, wie es mir geht. Und ich bin seit Tagen richtig nervös. Ich glaube sogar, man hört es ein bisschen in meiner Stimme, dass ich fast ein bisschen hektisch bin, weil ich so Respekt habe vor dem, was du tust. Wenn in deinem Buch jemand wie Michael Niravani schreibt, sie ist die Königin des Interviews, dann habe ich natürlich als Interviewer ein bisschen an Stress benannt. Wenn man denkt, werde ich deiner würdig. Nein, also bist du auf jeden Fall jeder, jeder, der Fragen stellt. Hättest du dir damals gedacht, wie Frühstück bei mir gestartet hat, dass das so lange so unfassbar erfolgreich sein kann? Ja, also ich habe das auch in dem Buch geschrieben, in dem Interview mit dem Leben und dafür habe ich damals auch noch mit Bogdan Rostschitsch noch einmal telefoniert, weil diese Situation, als er mich damals im Funkhaus in seinem Büro gebeten hat, er war ja der damalige Ö3-Chef und gesagt hat, er hat jetzt ein Angebot für mich. Ich war Reporterin und habe dann eben bei Newsprint gemacht, habe geschrieben, habe zwar in große Interviews, aber niedergeschrieben für den Printjournalismus und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht soll ich eine neue Rubrik machen. Und dann ist so das Angebot gekommen, damals interessanterweise noch für den Sonntagswecker. Also Frühstück bei mir hat er von sieben bis neun gestartet am Sonntag und er hat dann schon gesagt, das ist jetzt eine große Sache für den Wecker. Also am Sonntag kann man natürlich sagen, hören um einige wenige zu, weniger zu, aber ich habe schon durch ihn vermittelt bekommen, das ist jetzt etwas Großes, aber für mich war es eigentlich nur der Moment, und das habe ich später oft in Lebensgeschichten gehört, es gibt Momente, wo man einfach nur Ja sagen kann. Also Niki Lauda hat mir das dann immer wieder erzählt, als er Attila Togo dann gefragt hat, ob er seine Airline catern will und der hat keine Ahnung gehabt vom Flugcatering. Und der hat auch, das war in der Disco, im Take Five in Wien, hat damals einfach Ja gesagt und hat sich dann zu Hause hingestellt und hat dann mit irgendeiner provisorischen Küche simuliert, wie das in einem Flugzeug ist und so war es für mich auch. Also ich habe weder moderiert damals, ich habe zu Interviews gemacht, also die großen habe ich für Print gemacht, und ich habe gedacht, was ist jetzt eine neue Chance, ja, machen wir das und habe keine Ahnung gehabt, wie ich das anlege und dachte, es wird zwei, drei Jahre dauern. Ich versuche ja hier im Deep Dive immer so wie mit Marker die Golden Nuggets dann nochmal rauszustreichen. Das war schon das erste Golden Nugget dieses Ja sagen. Es war hier dann auch langjähriger Kollege Tom Kamener hier schon auf der Couch. Der hat auch gesagt, ja, weil er gesagt hat, wie ist das, wenn man plötzlich Fernsehen machen soll, Serien drehen, wie, was ist dein Geheimnis? Und er hat gesagt, Ja sagen. Ja, und das spüre ich, oder das habe ich dann später so oft gehört, dieses, also jetzt ein Beispiel aus dieser Influencer-Welt, Sascha Huber habe ich ja jetzt vor kurzem zu Gast gehabt, der eigentlich Jus-Student war und daneben sehr viel trainiert hat und dann begonnen hat, Videos auf YouTube zu posten und gemerkt hat, das funktioniert ganz gut. und dein Studium dann abgebrochen und in einer Welt, in der man auch mal bestehen muss, weil so einfach ist das ja nicht, dann diese große Zahl von Abonnenten zu bekommen und ganz viele, die sich mehr zutrauen oder denken und ich glaube, das ist die richtige Denke und das war bei mir auch so, ich kann in eine Aufgabe hineinwachsen und was sehr schön für mich damals auch war, der Bogdan hat gesagt, du machst jetzt was draus. Also ich habe gesagt, wie soll ich das anlegen, das Interview hat er gesagt, wie du willst. Und dann gab es noch, ich habe das ja auch in dem Buch geschrieben, Seine Idee, es hat damals eine englische Teufelsreporterin gegeben, Ruby Wax hat die geheißen und die ist dann immer zu Hause, wenn sie war bei den Gästen, hat die Suhlade aufgemacht, geschaut, was die für Unterwäsche tragen oder war immer so an der Kippe zur Respektlosigkeit, hat sie gemeint, na das funktioniert gut, das könntest du auch machen. Und dann habe ich schon gesagt, na ich glaube, das ist nicht so meine Sache und habe dann dieses erste Interview damals mit Viktor Klima gehabt, also muss man erklären, glaube ich, vielen, wer das ist eigentlich. Damals war er Finanzminister und dieser sehr große Glücksfall, dass er dann Bundeskanzler geworden ist in diesen wenigen Tagen bis zur Ausstrahlung und damals habe ich schon gemerkt, wenn ich frage, warum seine Ehe gescheitert ist und worin er sich bei seiner neuen Frau verliebt hat oder die Beziehung zu seiner Mutter, mit der er jeden Tag telefoniert, weil seit der Vater gestorben ist, ist die so einsam. Ich habe schon gespürt, so dieses persönliche Leben, das ist etwas, was auch für die Hörer sehr viel hergeben kann. Und ich glaube, das ist so auch meine Mission, dass man einen großen Nutzen daraus zieht, einen Benefit für sich selber hat. Vielleicht selber, wenn man gerade hadert mit dem Älterwerden oder eine Liebe auseinandergegangen ist und dann hört man Herbert Grönemeyer erzählen, wie das war, diese Trennung, was ihm geholfen hat und ob es genauso ist, wenn man sich Mitte 50 verliebt, wie wenn man sich Mitte 20 verliebt. Also ich versuche so zu fragen, dass die Erkenntnisse immer auf den Frühstückstisch kommen. Und da, finde ich, können sehr, sehr viele daraus nehmen. Und das höre ich auch immer wieder als Feedback. Man lernt so viel. Ich beneide dich ja insofern, wir haben jetzt vorher kurz geredet, du schätzt, es sind so um die 1800 Interviews, die du geführt hast. Und das dauert immer zwei, drei Stunden. Und da sprichst du mit den unglaublichsten Menschen. Also du musst ja auch wahnsinnig weise geworden sein. Das ist ja unglaublich, an welchem Quell von Erkenntnis besonderer Menschen du sitzt. Ja, es hat natürlich schon auch das Phänomen dieses, es ist eine Mischung aus, ich liebe das Gespräch, ich liebe auch dann zu erfahren. Und beim Gast dann, eine Kollegin hat mal gesagt, bei dir ist das wie eine Perlenkette, du ziehst den Faden immer weiter. Also ich bin oft, wenn eine Antwort kommt, dann frage ich und frage ich noch weiter, weil dann ist es mir noch nicht tief genug. Und der Hörer bekommt dann im Schnitt natürlich sozusagen diesen Sukus. Die Verdichtung. Ja, die Verdichtung. Und im Gespräch ist das toll, aber es ist dann vermischt natürlich auch mit dem wöchentlichen Druck, den ich habe. Also diesen Druck, dann auch alle Deadlines einzuhalten von, der Trailer muss gemacht werden, die Presseaussendung muss raus, der Podcast muss raus, ich muss um neun im Studio stehen, alles muss fix fertig sein. Du schneidest alles selber. Ich schneide selber und sehr oft ist dieser Overflow an Information, auch in der Vorbereitung, ich lese Bücher, ich reise wohin, merke ich dann, dass ich, dass manche, also so ganz Kernaussagen, die sind schon in meinem Kopf, aber es ist manchmal überlagert mit diesem täglichen Laufen. Ja, wir haben ja vor vielen Jahren auch viele Sonntage gemeinsam verbracht, da war ich oft Chef vom Dienste und du hattest Sendung oder ich hatte oft am Freitag, Samstagabend noch Dienst und ich sehe noch vor mir, wie du vertieft unter deinem Kopfhörer gesessen bist und nächtelang geschnitten hast. Ja, das hat sich nicht geändert. Wahnsinn, ja. Also das wissen viele nicht und das dürfen wir da auch einmal sagen, das, was da so schön und schillernd und liebevoll dargestellt am Sender ist, das ist die Spitze des Eisberges, wo eine unfassbare Arbeit dahinter steckt. Ja, also der Schnitt ist schon, also nach wie vor, ich sage oft, es ist ein Mount Everest zu erklimmen, also überhaupt die Sendung selber, weil schon die Vorbereitung, diese vielen Bücher, Online-Recherche, Gäste finden, auch das DÖ3 zu besprechen und mittlerweile bespielen wir natürlich auch, so gehört es ja auch alle Kanäle, dass man auch eine Fotoebene hat und Teaser-Videos macht für Social Media. Also wenn ich Zeit habe mit einem Gast, dann brauche ich mal eine Stunde, um das Beiwerk im Kasten zu kriegen. Also die Videos, das Material, die es unter den Zitaten liegt, die Fotos. Und ein Leben zu erfassen ist wirklich eine große Aufgabe und vor allem, es ist ja, man könnte, wenn ich eine Autorin habe, kann ich jetzt ein Buch lesen oder zehn, wenn sie es geschrieben hat und dann in die ganzen Porträts gehen über sie. Also da gibt es fast kein Limit nach oben. Also man kann, um ein Leben zu erfassen, dann telefoniere ich ja auch immer mit Menschen, die mir der Gast sagt, die ihn oder sie gut kennen und das sind auch meistens einstündige Gespräche und da fahre ich sehr, sehr viel, muss ich sagen. Also Dinge, die eben noch nie gestanden sind, das hilft mir sehr weiter, weil ich möchte ja was Neues und was besonders Interessantes dem Gast liefern. Also ich habe schon an mich selber einen sehr, sehr großen Anspruch. Also das kann man jetzt, manchmal denke ich mir, mach es dir leichter. Aber ja, wenn man so gemeindet ist, ist das nicht leichter. Aber ich glaube schon daran. Also es wird ja heute, wenn man auf Social Media sich umschaut, viel gesprochen über Sichtbarkeit und wie man Funnels baut und so weiter. Ich wundere mich immer, dass niemand mehr über Qualität redet. Und ich finde es schade. Also ich glaube sehr daran, dass die Qualität am Ende immer noch das ist, was entscheidet. Und vielleicht sind wir da mittlerweile Dinos, aber ich glaube nein. Also das macht es aus. Ja, ganz sicher. Dass man so lange auch erfolgreich ist. Also das, wie gesagt, ich hätte mir nie gedacht, dass es so lange dauert. Aber es ist eine unglaubliche, wenn man einerseits ist da dieses große Arbeitspensum, auf der anderen Seite ist das natürlich eine Faszination. Also ich kann mir auch, wenn mich Menschen interessieren, in 95 Prozent der Fälle schaffe ich es auch, um meinen Chef zu überzeugen. Aber kann diese Menschen persönlich kennenzulernen. Also ich habe jetzt eine Psychologin, die Stephanie Stahl, die hat ein Buch geschrieben, das hat mich auch sehr geprägt. Und seit Jahren denke ich daran, die möchte ich gerne einladen. Weil das hat mir so weitergeholfen, diese Prägungen in der Kindheit, wie du das dann in Beziehungen lebst, wie du das auch ablegen kannst, die Teile, die dir nicht gut tun. Und jetzt, also mein jetziger Chef hat eigentlich sofort gesagt, das machen wir. Jetzt habe ich fast ein Jahr gebraucht, bis das dann über ihr Management und mit ihren Terminen geklappt hat. Und dann denke ich mir, wie toll ist das jetzt? Jetzt kann ich sie, das wird dann mein Fan-Moment sein, jetzt kann ich sie, wirklich kann ich das alles hinterfragen. Und ja, das ist schon ein großes Privileg, in der ersten Reihe zu sein. Und nicht nur, weil viele Leute dann staunen, also es sind da meistens, ah, du hast Robbie Williams getroffen oder du hast Jamie Oliver getroffen. Also die großen Namen natürlich interessieren die Menschen am meisten. Aber es ist eigentlich immer ein Abenteuer. Also dieser Tag der Aufnahme, schon allein wie ist der Tisch gedeckt? Oder wie kommt jemand in einen Raum? Wie herzlich ist die Atmosphäre? Oder wie kühl ist die Atmosphäre? Wird das Interview nur gesehen, ich muss jetzt PR machen für meinen Film und hoffentlich geht sie bald. Und oh mein Gott, eineinhalb Stunden, das ist doch ein Wahnsinn. Und es gibt aber, du siehst in den Augen der Menschen, ob sie interessiert sind, sehe ich bei dir auch, ein Gespräch zu führen. Und das macht mir natürlich diesen Flow aus. Dann plötzlich vergisst man die Zeit und dann kann man in die Tiefe gehen. Und das ist der Beste aller Fälle und der kommt Gott sei Dank oft vor. Wir werden dann noch natürlich über deine Gäste sprechen, weil du, wie ich glaube, uns ganz viel erzählen kannst, wie Charisma und Wirkung entsteht, weil du ja viele Größen erlebt hast. Aber ich möchte doch noch auch bei dir bleiben, aus vielen Gründen. Das eine ist, du hast vorher gesagt, das in die Tiefe gehen, das ist so dein Ding. Ich glaube, du bist auch großer Rainer Maria Rilke Fan, so weit ich weiß. Mein Lieblingsgedicht von Rilke ist, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringern, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nie vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Und dann, ich kreise um Gott den uralten Turm und kreise ja tausende lang und weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Was bist denn du? Also was ist denn dein Ding, was du da so lange lebst und zeigst? Ich glaube, sonst macht man es nicht so lange so erfolgreich, wenn dich da nicht das treibt, irgendwas in die Welt zu bringen. Also ich bin prinzipiell, und das sind natürlich die meisten Journalisten, neugierig auf Menschen, aber dann, glaube ich, auch ein extremer Menschenfreund. Also ich glaube, oder bin überzeugt, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Muss man ein bisschen aufpassen, weil es schreiben mir ganz viele Menschen. Ich möchte auch bei ihnen zu Gast sein, ich habe auch so eine tolle Geschichte. Natürlich, da muss man sagen, das Format ist eingegrenzt auf doch auch einen Bekanntheitsgrad. Aber dieses Lernen von anderen, das ist schon ein großes Lebensthema von mir, weil ich glaube auch, wir entwickeln uns auch energetisch. Wir kommen, wenn wir im besten aller Fälle, auf höhere Stufen. Und ein lieber Freund von mir hat einmal gesagt, wenn er mich beschreiben müsste, dann würde er hingebungsvoll sagen. Und ich glaube auch, diese Hingabe an die Aufgabe, dass man eben in einer Aufgabe viel sieht. Weil ich kenne viele Kollegen, die machen ein Interview mit einem Fragenkatalog und das ist dann erledigt und das wird halt in Form gebracht. Aber für mich ist das schon allein diese Begegnung, das ist immer was Besonderes. Und vielleicht spürt das der Gast auch. Also es ist nie dieses, oh mein Gott, jetzt mache ich das schon so lange und das nützt dich ab, sondern da ist jetzt wieder jemand und das kann auch der Influencer sein mit 25 oder eben André Heller, den ich zum zehnten Male treffe, wo ich das Gefühl habe, da kann jetzt was Großes entstehen. Für mich ist es so wie eine Roulette-Kugel, du wirfst sie und du weißt dann nicht, wo sie stehen bleibt, aber es dreht sich und es ist dann ganz spannend. Machst du eben einen großen Gewinn oder wenig ist Pri im Gespräch und es geht dann immer um den Dialog eben und was dieser Gast auch bereit ist zu geben. Weil es geht ja bei uns hier natürlich immer um die Wirkung auf einer der Bühnen des Lebens und das ist ja eine Bühne. Ich glaube einfach schon daran, wenn nichts drinnen ist, dann kann man draußen auch nichts sehen. Und das erlebe ich hier. Also du hast schon den Anspruch, ich sage es jetzt mal so groß, irgendwo ein Stück weit die Welt jeden Sonntag mitzuverändern, oder? Also einen Drive zu geben und eine Idee zu bringen und ja, was in die Welt zu bringen eigentlich. Also viele sagen, und das finde ich sehr schön, dieses Wort Inspiration. Also ganz viele sagen, Frühstück bei mir ist so eine große Inspiration und da ist mir schon viel gelungen, weil es nicht das Gespräch sein soll, das vorbeizieht. Und ja, ich meine, mir ist klar, dass die Leute, die zuhören, die haben ihren Sonntagvormittag, ja, erledigen auch einiges, aber ganz viele sitzen wirklich am Frühstückstisch. Ich frage oft, wenn ich Leute treffe, auch bei Lesungen, was macht ihr denn am Sonntagvormittag, wenn ihr die Sendung hört? Und bei vielen ist es, wir sitzen am Frühstückstisch und wir hören zu. Wir hören bewusst zu. Und das ist... Unseres Kompliment übrigens zu verstärken, es ist sogar umgekehrt, sonst wenn man Radio hört, ist es ja so, dass man die Musik lauter hat und wenn gequatscht wird, was der Radiojournalisten hassen, wird leiser gedreht. Frühstück bei mir ist bei mir mittlerweile umgekehrt, ich mache die Musik leiser und wenn das Interview wiederkommt, wird lauter gedreht, weil es auch, ich finde, es ist auch eine schöne, es passt so in den Sonntag. Ja, es passt, es soll auch diese Atmosphäre geben, aber ich muss auch meinen Hörern ein Kompliment aussprechen, weil sie sind bereit oder sie wollen auch gerne was dazulernen. Und natürlich, ich habe auch viele Gäste sind, eben, wenn ich jetzt eine Psychologin mache oder ob das der Fitness, der Sportmediziner ist, der uns dann erklärt, wie der Körper funktioniert oder der Langlebigkeitsforscher, der uns sagt, was wir essen sollen, damit wir recht alt werden. Also die Leute sind sehr begeistert, auch das so aufbereitet zu bekommen, Lebenstipps, wenn ich, oder Ideen, und Inspirationen eben für ein besseres Leben. Ich glaube, wir sind alle so überfordert, auch teilweise, durch diese vielen Reize und Infos, die von allen Seiten kommen und ich bereite es eben sehr, sehr liebevoll auf und auch sehr genau auf, dass ich mir denke, so ist das leicht verständlich oder wenn ein Gast etwas, ja, zu kompliziert sagt, dann schaue ich, dass ich es noch einmal, noch mit einer Frage einmal vereinfachen kann oder merke, das ist jetzt ein Teil, da ist es gut verständlich und den nehme ich dann im Schnitt. Also der Schnitt ist schon, würde ich sagen, 50 Prozent des Erfolges, weil da muss man so genau sein und das auch so irgendwie eine Dramaturgie eigentlich oft in jeden einzelnen Einstieg bringen und das bemühe ich mich und es ist sehr schön, dass man diese Begriffe mit Frühstück bei mir assoziiert, Inspiration oder jetzt vor kurzem deine Frau mich irgendwo in einem Einkaufszene und hat gesagt, ja, das ist so toll und bin immer dabei. Man lernt immer was dazu, ja, und dann denke ich mir, ja, genau das möchte ich, super. Ich glaube, Schuppenhauer hat mal gesagt, man nehme einfache Worte, und sage ungewöhnliche Dinge. Das, finde ich, ist die große Kunst, es so einfach zu machen, dass man es gerne hört und beim Frühstück sich in Ruhe anhören kann, aber es darf Tiefgang haben. Ja. Das ist für mich die magische Formel. Manche meiner Kundinnen protestieren und sagen, wenn ich das jetzt so einfach sage, ist es blöd. Und ich sage immer, nein, muss es nicht sein. Es soll was Neues sein, es soll was sein, was man nicht schon tausend Mal gehört hat, aber ja, gleichzeitig darf es so verständlich sein, dass man es angenehm konsumieren kann. Und das ist die hohe Schule, die du da pflegst eigentlich. Und jeder kann das in seinen Worten sagen. Also wenn jetzt die Songcontest-Starterin, die Karlin sagt, über ihre Beziehung, wie er ist mein Superheld. Ich finde, da ist so viel gesagt, diese Liebe zueinander und wie man einander kennengelernt hat bei einem Musikantenstadl zum Beispiel und der erste Tanz dann der entscheidende war. Und ich finde, gerade in diesen persönlichen Geschichten und sehr oft natürlich in den Liebesgeschichten oder was, wie Beziehung verlaufen ist oder wie man jetzt so lebt und auch, ja, natürlich, wie man Erfolg sieht. Also so habe ich auch meine Bücher aufgebaut. Ich finde, man kommt immer zu einigen Begriffen und Lebensbegriffen und großen Themen zurück. Also das ist dieses, wie Liebe gelingt und was Glück bedeutet, wie gehe ich mit Älterwerden um, wie gehe ich mit der Ähnlichkeit um, wie gehe ich mit Trauer um zum Beispiel und Verlust und was ist eigentlich Erfolg in einer Welt, wo wir einerseits mit Klicks und Likes so viel messen können. Aber vielleicht ist mein persönlicher Erfolg eben ganz was anderes, dass ich am Abend meinem Kind die Gute-Nacht-Geschichte vorlese. Also das ist eben so schön, dass diese ganz verschiedensten Arten aufs Leben zu blicken, zu hinterfragen. 1997, du hast erzählt, Bogdan Rostjic, den wir beide damals als gemeinsamen Chefbüter hatten, der war ja für mich ein Visionär. Also ich fand ihn unfassbar beeindruckend in seiner Visionskraft und was ich mir gedacht habe, faszinierend ist ja, ich habe es mir rausgeschrieben, wenn ich mir die Zahlen nicht merke, der erste Podcast ist 2005 eigentlich erschienen in Deutschland beziehungsweise in Amerika und im Grunde habe ich mir gedacht, eigentlich war Frühstück bei mir von Anfang an die Erfindung des Podcasts. Der Adrian Goiginger, der Regisseur von Die Beste aller Welten, ein junger Regisseur, der hat jetzt 29 und hat jetzt wieder Der Fuchs und andere Filme im Kino, bei dem war ich im Jänner und der hat dann auch zu mir gesagt, die Mutter aller Podcasts und dann irgendwie Mutter hat mir dann nicht so gefallen. Ich glaube, dann hat er auch gesagt, die Königin der Podcasts. Königin ist schön. Aber es ist ja spannend, weil du ja auch so eine Content-Verfechterin bist und ich weiß, wir haben es damals, mein Gott, im Vierteljahrhundert erzählt, der große Relaunch von Ö3, da wurde jedes Wort auf die Waagschale gelegt, klar in einem Format Radio und doch, ich habe es letztens hier erwähnt, der derzeit weltweit erfolgreichste Podcast, dieser amerikanische, der dauert in der Regel dreieinhalb Stunden pro Folge. Ja, es ist faszinierend. Das heißt, Menschen sind sehr wohl bereit, Wort zu hören und Gedanken auch mal in der Tiefe und in Ruhe zu verfolgen. Also an diese Aufmerksamkeit, Spanne eines Goldfischs, diese, glaube ich nur bedingt. Ja, ich auch. Und ich finde ja, und es ist interessant, dass ich beim Radio gelandet bin, weil ich komme ja eigentlich vom Print und dann habe ich diese Reportagen für Ö3 gemacht und dann kam es zur Sendung. Aber mittlerweile ist das für mich so, das Nummer-eins-Medium für mich, nicht nur, weil ich dort arbeite, sondern weil ich finde, dass Stimme eine Magie hat. Stimme sagt ganz viel aus. Also eine Antwort gesprochen zu hören oder niedergeschrieben zu sehen ist ein riesengroßer Unterschied. Machst du eine Pause, lachst du, wird deine Stimme unsicher. Das liefert so viel Information mehr mit. Radio ist so ehrlich, finde ich. Ja, und es ist auch eine Intimität dabei, weil du natürlich nahe bist dem Menschen. Vor allem, wenn du jetzt das Bild nicht dazu hast, natürlich, das Bild sagt auch was aus, aber wenn du rein, und ich höre selber sehr, sehr viel Podcasts, wenn du dann eben walken gehst oder selbst in der Küche was machst und da ist die Stimme, die begleitet dich. Das hat schon was sehr Persönliches. Jetzt bist du ja sozusagen eine gespaltene Persönlichkeit quasi. Habe ich gar nicht gewusst. Weil du einerseits Interviewerin bist, wo du ja eigentlich die Menschen nach vorne stellst und das finde ich übrigens auch eine besondere Eigenschaft an dir. Es gibt Interviewerinnen, die, finde ich, eher sich präsentieren und da müssen wir teilweise gar nicht unbedingt ins Ausland schauen, vor allem jetzt auch in Österreich viele ein, die eigentlich sich als da empfinden und ich habe immer das Gefühl, die anderen brauchen, um sich darzustellen und da erlebe ich dich als Helferin oder du gibst denen da die Bühne und gleichzeitig gespaltene Persönlichkeit bist du aber auch die Moderatorin der Sendung und natürlich gibst du dem auch einen Dreh. Also es sind so eigentlich zwei beieinander, um jetzt auf das Moderierende auch zu sehen, was mich sehr überrascht hat, ich wusste es nicht, du hattest Mikrofonangst. Ja, genau, das ist eine Geschichte, die habe ich ja geschrieben und ich habe genau gelesen in meinem Buch und das erzähle ich gerne, weil, also ich mache... Und ich finde, es gehört auch hier rein, weil uns ja viele Menschen hören, die selbst auf der Bühne stehen und vielleicht Befürchtungen haben, das als Trost. Ja, man kann die Queen des Interviews sein und jahrzehntelang abliefern und am Anfang Angst gehabt haben. Du hast geschrieben, du hast einen Coaching gemacht bei der Elfriede Bauer bei Jelleneck und hast in 50 Minuten den Knopf gelöst. Eben, und das zeigt auch, dass das oft Prägungen sind. Also ich finde, es steht für zwei Dinge. Erstens einmal, man braucht den langen Atem und dieses Sprichwort, der Meister fällt nicht vom Himmel, stimmt einfach. Du brauchst für ganz viele Dinge, Routine, die oft als so ein bisschen zu sehr Alltag abgestempelt wird, aber eine Sicherheit in dem, was du tust. Also gerade bei Wirkung hat schon eben, ist der Boden für eine große Wirkung und es gibt Prägungen, die uns, die uns verfolgen fast, muss ich sagen, oder so bestimmen, dass es dann in neuen Situationen rauskommt. Und bei mir war das so, als der Bock dann mir gesagt hat, Sendung machen, ja, und ich soll moderieren jetzt. Ich muss jetzt zuerst einmal einige Nachtflüge in der Nacht moderieren, um ihm zu zeigen, dass ich prinzipiell das kann. Damals habe ich ihm noch eine Kassette gegeben. Ja, ja, noch Aircheck-Kassetten. Man erinnert sich, was eine Kassette ist. Und als es dann aber auch darum ging, das war eigentlich schon früher bei den Beiträgen, dass ich die Texte spreche, also ich habe viele O-Töne gebracht, Interviews, drei dabei gemacht, eben bei den Society-Events, habe ich gemerkt, sicher auch durch meinen Anspruch an Perfektion, dass meine Stimme raufrutscht und ich war so kurzatmig und habe das eben sehr hoch, also irgendwie erzählt und da ist schon das Feedback dann gekommen von Bogdan und anderen Ö3-Machern, nämlich kann man nicht an Air geben, das muss wer anderer sprechen, was natürlich extrem frustrierend ist beim Radio, wenn dann, zwar wenn nachher gesagt wird, diesen Beitrag hat Claudia Stöckel gemacht, aber wenn du dazwischen die Stimme von Dominik Heinzel hörst oder so, dann nimmt das der Hörer nicht so wahr. Und ich habe da sehr viel Atemübungen gemacht, also so wie das halt früher war, wenn man geglaubt hat, die Stimme soll sich entwickeln, indem man dann herumturnt mit Stimmtrainern, natürlich hat es schon mit Sitz und Haltung zu tun, hat sich nichts geändert. Hattest du auch das Vergnügen beim ORF, sprichst du, den Zug, uh, uh, zu machen? Ja, alles mögliche. Ah, ich fand es immer sehr strange. Ja, und dann bin ich zu Friede Bauer-Jelleneck, das hat mir damals die Frau Wächter, die war die Leiterin dieser Stimmtrainingsabteilung, hat gesagt, so, jetzt gibt es nur mehr eine Möglichkeit, Sie müssen was im Kopf lösen. Es ist irgendwas in ihrer, so eben in ihren Prägungen und Haltung zum Ich-Habe-etwas-zu-sagen, dass irgendwo muss man an einer Schraube drehen. Und die, muss ich ehrlich sagen, hat das ganz toll gemacht. Die hat mich dann zwei Fragen gefragt, nämlich, glauben Sie, etwas zu sagen zu haben? Nummer eins und Nummer zwei war, und Ihre Mutter, war das eine laute oder eine leise, zurückhaltende Person? Und meine Mutter ist sicher eine sehr zurückhaltende, sehr sanfte Persönlichkeit. Und da haben wir an diesen zwei Antworten dann, ich habe nämlich auch diese Society-Events für mich selber oft als, also ich habe schon auch versucht, interessante Interviews zu machen, aber wer ist jetzt mit wem aufgetaucht und was hat wer angehabt, das habe ich selber irgendwie jetzt nicht so prickelnd gefunden als Inhalt, aber man glaubt, das muss dann so sein, weil das ist ja so eine Abendgeschichte und was ist jetzt die große Headline. Und sie hat dann gesagt, Sie müssen sich erstens einmal vorstellen, Sie sind, für die Leute, die zuhören, sind Sie dort. Sie dürfen den Opernball besuchen, Sie dürfen zu dieser Premiere gehen und erzählen den Menschen, was hat sich nachher getan und das interessiert. Wir wissen ja auch, dass, ob das jetzt Gossip ist oder vielleicht auch tolle Interviews sind, wo man einige OTs bringt, das hat, ja, das kann extrem spannend sein. Es war ja auch wieder viele Stars, die ich interviewt habe und sie hat auch gesagt, diese mütterliche Prägung, die gehört auch bearbeitet und zwar, da waren so die Aufgaben, ich soll bei Sitzungen mich einmischen und ich soll sehr laut grüßen, wenn ich in den Raum gehe und ich soll eben dieses Selbstbewusstsein entwickeln, etwas zu sagen zu haben, plus es einer Person erzählen, das war auch ganz wichtig, das habe ich bis heute im Kopf, diese sich eine wohlwollende Person vorzustellen, macht man ja auch, wenn man auf Bühnen moderiert, sich so Anker suchen im Publikum, die einen anlächeln und denen oder dieser Person die Geschichte erzählen und so ist es dann immer besser geworden. Ich habe ja fast noch eine These dazu, ich glaube ja, wenn man sozusagen aus der Welt, aus der du kamst, das Drei dabei und so sei die Dingsel, war eigentlich recht oberflächlich und belanglos und in Wahrheit hat sich ja dann auch schon deine Stimme wohl gemeldet, die mehr Tiefe wollte und in die Tiefe gehen wollte und dadurch hast du dich ja auch mehr gezeigt. Ich glaube ja, man kann sich hinter einer Society-Geschichte ja wunderbar verschanzen und verstecken, aber dann ging es darum, eigentlich deine Karten auf den Tisch zu legen und tatsächlich dich zu zeigen. Ja, also das ist interessant, da hast du vollkommen recht. Interessant auch, dass es eigentlich mit der Tiefe der Gespräche die Tiefe der Stimme gekommen ist. Ja. Wir haben ja auch eine Erkenntnis jetzt, ja. Das ist nicht nur die Form war und das Training und diese Gedanken, sondern eigentlich auch der Inhalt, der sich verändert hat. Ja, also du bist auch bei dir angekommen. Ja, das stimmt. Also ich finde es oft faszinierend, auch in meinen Coachings, wenn es um diese Ängste geht, dass immer mit Menschen wirklich sagen, ich habe das Gefühl, wir erleben auch gerade eine Geburt. Also da gibt es manchmal einfach so einen Augenblick, wo jemand sagt, es steht mir jetzt diese Bühne zu oder ich möchte diese Bühne jetzt haben, ich möchte mich jetzt hier zeigen und ich habe das Gefühl, das ist damals eigentlich bei dir passiert, dass diese Claudia Stöckel auch an er geboren wurde, die plötzlich da ihre Heimat hat und das aber selber noch nicht gewohnt war. Ja, das stimmt. Also es war natürlich auch dieses, wie du auch vorhin gesagt hast, sich zurücknehmen und den Gast, einerseits liegt mir das sehr, weil ich gerne auch auch wirklich zuhöre, so offensichtlich auch kann, wie ich jetzt mehrfach bestätigt bekommen habe, auch durch diese Aufgabe, aber auch mittlerweile merke, wenn ich was beizutragen habe mit meinen Erfahrungen oder dem, was ich tue, ich tue ja auch viel für meine Entwicklung und gehe selber in Coachings oder Therapie oder mache Seminare und oft, wenn ich dann etwas erzähle, so wie diese Stimmgeschichte, dann merke ich, dass Menschen was davon mitnehmen können. Also mittlerweile bin ich auch als Persönlichkeit oder mit dem, was ich erkannt habe, dann mehr vorhanden als früher und ich glaube, jetzt ist es auch eine immer rundere Geschichte, wenn man sich selber das zugesteht, auch mehr Sicherheit bekommt, auch sagt, ich kann jetzt einmal von meinen Erfahrungen erzählen oder das in einer Frage so einflechten, dass dann das Gegenüber darauf antwortet und es stimmt sicher, wenn dir etwas entspricht, dann ist das der Grundstein zum Erfolg. Also ob das jetzt ein Sportler ist oder ein Musiker, das spüren die Menschen. Lass uns mal die Kurve nehmen zu denen, die jetzt bei dir auch zu Gast sind und wo ich ja auch glaube, warum die bei dir zu Gast sind. Es hat ja fast was Therapeutisches eigentlich, Ja, das sagen ganz viele. Also die schütten da ihr Herz aus. Michael Niravani schreibt es auch im Vorwärts, dass er sich selbst zuschaut, wie er plötzlich die unglaublichsten Dinge erzählt. Hast du das Gefühl, dass dir auch, dass das in der Glitzerwelt, in der wir sind und in der geföhnten Welt was fast kathartisches, Reinigendes hat? Einfach einmal sagen so zu dürfen, ich darf da mal. Naja, es passiert ja meistens nicht geplant, würde ich sagen. Aber die wissen ja, wo sie hingehen. Ja, eben. Also er zum Beispiel hat mir jetzt oft so abgesagt in den letzten Jahren, ich glaube, er hat ein bisschen Angst, dass ihm das wieder passiert. Also es gibt schon welche, die das genau deswegen abschauen. Die sagen, na, das kann ich nicht kontrollieren. Ich verrate es hier auch, ich hatte es nicht sehr oft, aber manchmal Kunden, die ich im Medientraining hatte, haben manchmal gesagt, soll man zu Claudia Stöckel gehen oder nicht? Und ich habe gesagt, du geh gerne hin, es ist sicher wertschätzend und es ist schön. Nur eines musste klar sein, du wirst drei Stunden bei Claudia Stöckel keine Strategie durchhalten. Ach so, ja, das stimmt. Das ist, das spürst du nicht. Und dann sind sie nicht gekommen? Doch, ich glaube doch, die meisten, ich wüsste es nicht mehr im Detail, aber ich habe also nie davon abgeraten, ich habe nur klar gemacht, man kann eine Viertelstunde, und halbe Stunde kann man ein Interview so weit, sage ich, ich glaube, da kann man durchhalten und sich sehr PR-strategisch treu bleiben. Bei drei Stunden mit dir in ein schönes Gespräch sich zu vertiefen, glaube ich, das sehr schöne Zeiten von einem zeigen kann. Es kann Menschen sehr vielfältig zeigen, aber Strategie kannst du kannst du an der Eingangstür ja abgeben, sonst endet es wie mit Helene Fischer, ne? Ja, das war das erste Mal, wo sie dann gesagt hat, das ist ja alles zu persönlich, aber ja, es ist auch immer die Frage, die Strategie, das ist bei Presseausendungen oder wie du auch richtig sagst, so Kurzauftritten, natürlich kann man das machen, aber wenn du dich als Mensch zeigen willst, und die meisten haben ja auch sehr schöne Seiten zu zeigen, also da kommen jetzt nicht abgründet zu Tage, sondern in Wahrheit kommt die Verletzlichkeit zu Tage und auch was eben nicht alles gelungen ist oder ganz tiefe Gedanken und ich finde, das macht Menschen so sympathisch, dass sie auch da Selbstzweifel zum Beispiel, die größten Menschen haben Selbstzweifel, Robbie Williams hat gleich am Anfang gesagt, meine erfolgreichste Zeit war meine depressivste Zeit und ich habe das nicht mehr ausgehalten und diese mediale Sturm, egal wo ich war, diese Alvostedia in D.O.R. der Hunters, der ist gejagt worden einfach von überall, von dem Paparazzi und das ist ja das Schöne auch und da geht es ja nicht um Voyeurismus, finde ich, sondern eigentlich, wie kann der, oder wie, jeder erzählt seine Geschichte und du merkst, egal ob du jetzt eben Robbie Williams bist mit Villen auf der ganzen Welt und Yachten und was auch immer er hat oder ob du, ich weiß nicht, der Bäckermeister, der zuhört, da sind schon sehr viele Themen gleich, die Depressionen, die eben auch Robbie Williams gehabt hat und ja, was jetzt nicht immer heißt, dass man nur über das Scheitern spricht, es kommen ja auch sehr schöne Dinge zu Tage und glückliche Beziehungen und Verliebtheiten und alles, aber ich finde es schön, wenn man eben einmal über dieses Dahinter spricht und diese Fassade, die man sich natürlich schnell aneignet, um gut zu wirken und nicht jeder will ja auch Einblicke in seine tiefsten Traurigkeiten oder Ängste geben, aber das eben, oft haben wir uns das angeeignet, vielleicht auch um selber zu schützen, das machen wir ja egal, ob man jetzt bekannt ist oder nicht. Ich war jetzt gerade vor einiger Zeit, ein paar Tage in Athen und das erdet mich immer so, weil ich mir denke, das sind tausende Jahre alte Bauwerke und da gehst du diesen Weg zur Akropolis hoch und ihr habt vor mir gesehen, wie da damals die Leute hochgegangen sind und ich war mir ganz sicher, die haben damals über die genau gleichen Dinge geredet wie wir jetzt und hatten sie halt kein Mikrofon, sondern sind halt so zusammen gesessen und es ist wohl immer um den Tod, um die Liebe, um die Hoffnung, um den Glauben, um das Menschlichsein gegangen. So anders sind wir, glaube ich, 2000 Jahre später gar nicht, als wir es damals waren. Und wir brauchen ja nur überlegen, was erschüttert uns nicht. Also das sind jetzt, abgesehen von vielleicht weltweiten Krisen, die uns auch irgendwie betreffen, aber es erschüttert einen die Krankheit von jemandem, den man liebt oder eben, dass eine Liebe auseinander geht oder dass ein Kind geboren wird. Also es sind so, ja, Lebensthemen, die egal, in welchem Leben vorkommen. Nun hast du wahnsinnig viele, unglaublich beeindruckende Menschen erlebt. Wenn ich jetzt, und ich habe dich damals, wie ich mein Buch geschrieben habe, Charisma fällt nicht vom Himmel, dürfte ich dich in Heiligenstadt besuchen und auch interviewen für das Buch. Du hast vorher, wie wir vor dem Interview kurz geplaudert haben, gesagt, es gibt diese Menschen, die kommen rein und es macht BAM. Die sind da. Die sind sofort spannend und sie sind sofort faszinierend. Nach deinem Leben mit so vielen so spannenden Menschen, was würdest du sagen, ist das, was diese Wirkung, dieses vielleicht Charisma ausmacht oder was ist die wichtigste Komponente? Also ich glaube, es hat immer mit einer Echtheit zu tun, dass die sich halt nicht denken, oh mein Gott, jetzt muss ich performen für ein Interview, sondern ob das jetzt Harald Schmidt war, der einfach ins Zimmer rein und da war, das können wir ja gar nicht alles essen und dann habe ich irgendwie, weiß ich noch, dass ich mit ihm geredet, er hat auch gefragt, wie lange ich das mache und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja schon so ähnlich wie bei den ganz Großen. Damals habe ich es, glaube ich, gerade 17 Jahre oder so gemacht und dann hat er gesagt, sie sind auch eine Große. Also das war so, auch, es war jetzt nicht so, ich bin der Star und da kommt jemand, der will mich was fragen, sondern wir sind auf Augen Höhe und hat halt irgendwie schon im Vorfeld lustig erzählt, was jetzt gerade in seinem Leben los war und nicht dieses, ich muss jetzt ein Bild von mir abgeben, sondern ich bin so, wie ich bin. Philipp Hochmeier, werde ich nie vergessen, ich war damals bei ihm, ich glaube, es war eh schon 14 Uhr ausgemacht, war ich in seiner Wohnung in der Josef-Stetter-Straße, er macht mir auf mit, hat eine Pyjama-Hose an, nackter Oberkörper. Ich meine, ich habe mir gedacht, gut, ein bisschen länger geschlafen heute, aber das war dann auch so, war das auch lustig, weil er hat dann selber lachen müssen und war dann auch so, die Wohnung, also das ist eigentlich eine Einzimmerwohnung unter einer Matratze am Boden und da war irgendwie so ein kleiner Tisch im Eck und wir haben dann gemeinsam begonnen, die Wohnung so herzurichten, dass du halt den Frühstück dort nehmen konntest und in die Mitte den Tisch gestellt und er hat dann Tee gemacht und es sind so oft und es geht eigentlich auch darum, selbst manchmal ist ja die Situation nicht so, dass man sich gleich so zeigen würde, also sehr oft ist dann ein Management da oder mehrere Leute im Raum und dann wird man so erwartet und dann schauen einmal alle, ich versuche möglichst dann alle wegzuschicken, also das mit dem Gast alleine zu machen, aber diese Spannung, die es oft gibt am Anfang, einfach mal wegzulachen oder eine Herzlichkeit oder irgendeine Nähe zu erzeugen und ich glaube, da zeigen sich Menschen dann, wie sie einfach sind, dass sie auch sagen dürfen, was sie sich denken und dass das jetzt nicht, das ist etwas und das ist natürlich immer die Frage, woraus schöpfst du? Also wenn du jemand bist, der auch sagt, ja, du musst schon einen Inhalt auch haben, also bin ich, habe ich, und das müssen jetzt nicht die, ich weiß nicht, dass man hunderte Bücher gelesen hat, aber was habe ich über meinen Beruf oder über das, was ich jetzt gerade geschaffen habe, die Olympiamedaille oder was habe ich darüber zu sagen, nicht, und was mache ich mir für Gedanken und ich glaube, da gibt es viele, also da kommt es sehr viel zu Tage, sehr oft. Also ich habe es mal so überspitzt gesagt, weil Authentizität, über die wir sprechen, ja das große Wort ist und ich bin da so präzise darin, zu schauen, was heißt authentisch sein wirklich und was heißt authentisch wirken. Das Problem ist halt, wenn ich einen langweiligen Menschen authentisch auf der Bühne stelle, dann habe ich einen Langeweile auf der Bühne stehen. Eben, also ich muss auch. Ja, und wenn ich einen Großkotz authentisch auf der Bühne stelle, dann habe ich einen Großkotz auf einer Bühne stehen. Das heißt aber auch, es ist das echt, zumindest wirken oder echt sein, aber dann muss auch was da sein. Ja, genau. Sonst wird es einfach authentisch, aber fad. Ja. Das heißt, ist das mal, das wird so auszumarkieren, beginnen, also ein Grundbestandteil dieser faszinierenden Wirkung ist Persönlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Und sich auch durch dieses Rundherum nicht so beeinflussen zu lassen. Also manchmal spüre ich, dass manche richtig eingeschüchtert sind. Ich meine, ich habe ja auch viele junge Gäste, für die ist das vielleicht, der Dorsten Einersohn hat zu mir gesagt, das ist jetzt das erste ausführliche, persönliche Interview, das er jetzt gibt mit 28. Vor zehn Jahren hat er bei der großen Chance, war im Finale und dazwischen halt eine sehr, muss ich sagen, turbulente Zeit gehabt, indem er auch abgestürzt ist als Musiker und dann jetzt wieder so zurück. Und da hat er dann gesagt, ich sitze vor dir und zittere. Ja, ich habe gesagt, bitte, das müssen wir jetzt mal ganz kurz auf die Seite stellen, sondern erzähle einfach deine Geschichte. Und da gibt es dann sehr, sehr viel zu entdecken, weil auch ein 28-Jähriger, der sechs Jahre lang herumgezogen ist und Party gemacht hat und dann eben draufgekommen ist, das war ja so quasi der Turnaround und die Heldengeschichte dann. Das lasse ich jetzt alles auf die Seite und ich muss, um weiter bestehen zu können, erfolgreich zu sein, höre ich jetzt mit dem Alkohol auf, ich mache meine Routine, ich gehe ins Fitnesscenter, ich versuche jetzt wirklich auch gesundheitlich wieder on top zu sein und das sind eben genauso, er, der 28-Jährige, hat da sehr viel den Menschen zu sagen. Das heißt, es sind auch Menschen, die was erlebt haben oder durchlebt haben oder, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Interviewgast ist das bei dir, weil er mir gesagt hat, das Leben kann eine Expedition sein oder man kann es am Sofa verbringen. Ich habe gesagt, das ist der Ausdruck von den Vorstandsleibern. Ja, er sagt, zwar ist es am Sofa sehr bequem, aber man erlebt halt die Welt nicht. Also sozusagen aus deiner Sicht Teil der charismatischen Wirkung ist auch, geh da raus und erlebe was, weil wenn du nichts zum erzählen hast, wirst du nicht spannend sein. Ja, das hat der Udo Jürgens immer gesagt, es geht ums gelebte Leben und er hat eben auch gesagt, dass es jetzt nicht darum geht, da haben wir einmal über Glück gesprochen und er hat gesagt, das ist jetzt nicht so, mit einem seligen Lächeln durch die Gegend zu sehen und zu sagen, alles ist super, sondern für mich ist das Leben herzlich gelacht zu haben, aus tiefster Inbrust geweint zu haben, jede Erschütterung auf der Bühne, diese unfassbare Faszination gespürt zu haben, mit der Musik eins zu werden und für mich ist das Leben das Sein in all den Farben und das stimmt, finde ich, und das spürst du dann auch. Aber das meine ich nicht, also wenn ich sowas empfinden kann, dass das Leben ist das Sein in all seinen Farben, also wenn man sowas empfinden kann, dann kann auch diese Aura entstehen, die ich gegeben habe. Ja, und das hat schon auch mit Leidenschaft zu tun, also wenn ich jetzt gerade über Udo Jürgens spreche und viele, die bei mir am Frühstück sind, Matthias Strolz, den du auch gehabt hast, wenn du so spürst, da ist ein Feuer da, da ist ein Feuer da für das, was man tut oder für den, den man liebt oder für das Leben an sich, dann zündet das die anderen auch an. Das ist schon besonders. Also wenn man einfach eine Kraft in das hineingibt, das man tut, man muss mir aufpassen, ihn nicht zu verbrennen oder auszubrennen, aber ich glaube, das merken die Menschen, das merken sie hoffentlich eigentlich auch bei mir, dass ich das wirklich, ich gehe da um neun in das Studio und denke mir so, und jetzt ist es, einerseits habe ich natürlich meine aufgezeichneten Teile, aber ich moderiere da viel und bin da so lebendig in diesen zwei Stunden und überlege, kann ich das noch abmoderieren oder, ah nein, und vielleicht dieser Musiktitel, da müsste man jetzt, da darf man gar nicht laut sagen, aber manchmal, wenn wir da, weil ich es ja meistens am Samstag schneide, wenn da jetzt eine sehr berührende Passage ist, dass man sich überlegt, dass da wirklich die Musik passt und, und ja, das ist, es muss mehr sein als 0815, das spürt man einfach. Sozusagen ärztlicher Check von außen, alles gut, ja, also man, man merkt keine Ermüdungserscheinungen. Nein, überhaupt nicht, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Gast. Ja, man hat gesagt, wie wir zusammen hierher gefahren sind, ich beneide dich ja so um deinen Beruf, wie wir dir am liebsten vom Podcast leben können, weil das so Spaß macht, Menschen zu fragen und jedes Mal was zu lernen und diese golden Nuggets mitzunehmen, ist ja eigentlich wunderschön und ich glaube, das hast du ganz frisch bei dir. Ja, man nimmt eine Energie mit, also ich muss sagen, das Gespräch an sich, das ist wirklich dann für mich das Highlight, also dieser Aufgabe, also ich will natürlich diese von 9 bis 11 im Studio und dann auch das Feedback der Hörer zu hören mit Social Media ist man da jetzt so nah dran, ist auch besonders, aber in diesen Dialog zu treten und dann auch selber die Zeit zu vergessen, also ich bin da extrem oft komplett im Flow und der Gast auch und ich habe den Vorteil, dass ich jetzt nicht auf die Uhr schauen muss, sondern ich, wenn jemand Zeit hat, habe ich auch Zeit und dann reden wir und manchmal sind es drei Stunden, vier Stunden, natürlich, wenn man eine Zeitvorgabe hat und es kann nur die eine Stunde sein, dann mache ich das auch so, aber das hat schon was Besonderes, ist, wenn man so nachfragen kann und sich überlegt, warum ist der Mensch, der da sitzt, jetzt so geworden und was treibt ihn selber an und eben, ob das jetzt Sascha Huber, der Influencer ist, der dann sagt und das war für mich eine besonders spannende Passage, wo ich dann frage, und das Ablaufdatum in dieser Online-Welt, berührt dich das und dann sagt er, ja, darüber denke ich dauernd nach. Ich will eigentlich nicht mein Glück von den Klicks bestimmen, aber ich merke, wenn ein Video nicht funktioniert, dann macht mir das Sorgen und dann denke ich mir, ist das morgen vorbei und das sind auch Bekenntnisse eben von jungen Menschen, die in einer Welt, die uns jetzt so bestimmt, diese Social Media, YouTube-Kanäle und wie man sich dort zeigen kann und wie viele Karrieren dort entstehen und wie viel Geld man verdienen kann, das ist ja alles faszinierend. Das heißt, wir haben mal die Persönlichkeit, jetzt hast du, wir können uns natürlich nicht alle aufzählen, aber ich picke mal ein paar raus, du hast Falco mehrmals interviewt, du hast André Heller genannt, du hast junge, sehr erfolgreiche Influencer und Influencerinnen, du hast mit Udo Jürgens, also mit so Robbie Williams, mit so unglaublichen Menschen gesprochen, die so, ich habe für mich die Antwort nicht, aber manchmal denke ich mir, vielleicht waren die doch schon öfter auf der Welt und sind gerade zum 140. Mal schon hier gelandet, weil die so viel haben. Neben dem Persönlichen, gibt es da noch was, was diesen Funken ausmacht, dieses Besondere, dieses Magische, wo du sagst, wow, da ist Tiefe da. Ich finde schon, wenn Menschen ihrer Wirkung bewusst sind, sich ihrer Wirkung bewusst sind, das spürt man dann schon auch. was weiß ich, Helene Fischer habe ich ja auch interviewt, da gab es einmal das Interview, da war sie nicht vorbereitet, welche Art Interview das wird und da sind wir dann auch übereinbekommen, weil sie war dann sehr einsilbig und hat natürlich, und das verstehe ich auch, so ein bisschen die Paranoia gehabt, was dann die Bild-Zeitung oder so daraus macht. Macht ja auch Sinn dann, aber auch zu sagen, ja. Ja, und dann war sie aber, ein paar Jahre später, haben wir das dann noch einmal gemacht und da war das von beiden Seiten ausgesprochen und das war dann eineinhalb Stunden, die ich mit ihr haben durfte und ich weiß noch, wie die da zur Ö3 gekommen ist. Ich meine, natürlich toll gestylt mit so einer schulterfreien Bluse und Jeans und hohen Schuhen und das muss jetzt nicht immer dieser Stil sein, aber es gibt Menschen, das hat natürlich dann auch mit Berufserfahrung zu tun und ich glaube nicht, dass man eine Bühnenpersönlichkeit sein muss, das können auch Manager sein oder ich weiß es nicht, Sportler, die sind sich irgendwann ihrer Wirkung bewusst. Die merken, das ist natürlich auch, je mehr Feedback du gehst, also selbst der Influencer, wenn da... Also Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes zu wissen. wenn du eben wieder jetzt bei Sascha Huber, wenn der sagt, ich gehe in Salzburg in die Stadt und die jungen Burschen laufen zusammen, ich kann keinen Schritt mehr gehen, aber das kann auch Falco sein damals, der natürlich auch gewusst hat, was das bedeutet, wenn er seine Falco-Bewegungen macht und die Sonnenbrille aufsetzt und ich glaube, wie du richtig sagst, das Selbstbewusstsein verändert extrem viel und es gibt ein gesundes Selbstbewusstsein und dass man nicht jedem... Aber das ist wichtig, dieses Gratis-Jertum. Also nicht Überhundlichkeit, sondern zu sagen, ich habe Wirkung, ich weiß, wenn ich jetzt was erzähle, dann kann ich Menschen in den Bank ziehen und das kann ja was sehr Aufbauendes sein. Also spannend, möchte ich auch festhalten, also sehr wohl, das Wissen um die eigene Wirkung macht schon auch Wirkung. Genau. Also da kann man sagen, ich meine, ich habe ja mal gemodelt vor vielen Jahren und war mir zum Beispiel, also habe das nie so vor mir hergetragen, bin auch nicht so erzogen worden, jetzt sind wir wieder bei Prägungen, dass irgendwie Aussehen oder Schönheit jetzt als Frau besonders wichtig ist, sondern mein Vater hat immer gesagt, du bitte sei klug, schau, dass du viel lernst und das habe ich auch brav gemacht beziehungsweise hat es mich wirklich interessiert, aber ich weiß und das war für mich schon ein Learning, ich war halt dann immer damals in Paris so, da waren gerade mal eine Dietriche Hosen, so weite Hosen und eine weiße Bluse, also sehr, sehr brav, könnte man sagen, also elegant und brav und ich war 20 und das war, habe ich mir gedacht, das passt jetzt nach Paris, dieser Stil und dann sind amerikanische Mädchen in den Raum gekommen und die waren halt irgendwie mit irgendwie kürzen Röcken oder Leggings und sind einfach schon ganz anders von ihrem Drive reingekommen, es war nicht einmal nur das Outfit, sondern die ist rein, hat ihre Mappe dort hingelegt und so nach dem Motto, eh klar, dass ich den Job kriege und die hat den auch meistens bekommen, ja und ich war halt so, ja ich bin auch da und ja vielleicht gefalle ich ihnen, ja und ich glaube, auch das war für mich so ein Learning, dass es, ich habe da viele Jahre dafür gebraucht, also dass man sagen kann, hier bin ich, das kann ich und das muss jetzt nichts mit dem Aussehen zu tun, halt nicht, dass man glaubt, dass wir vorhin schon wieder in diese, aber es war halt meine, meine Geschichte, das kann ich und das kann auch was sehr, ich kann reden oder ich kann Fragen stellen und das zeigt eine ganz andere Sicherheit und die vermittelt man auch, weil die Stars, die du triffst, die sind ja auch gewohnt, dass man ehrfürchtigt, dass da ehrfürchtige Menschen sitzen, die sich dann vielleicht trauen, das und das zu fragen, aber wer, sie fragen einmal zurück, das ist ja die Nummer eins, ich meine, du weißt das als Rhetorik-Trainer, warum stellen sie diese Frage, meine Politiker machen das dauernd, glauben sie, dass sie das richtig formuliert haben oder so und wenn du aber mit einer Sicherheit, und die habe ich mir über die viele Jahre anhängen können, und ich habe das oft genug gehabt, dass mich, ich weiß noch, Elias Embarek, das war eines der schwierigen Interviews, der immer gesagt hat, nein, das ist die falsche Frage und auf das antwortet er nicht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, na und was wollen sie gerne gefragt werden, weil dann ist er jetzt am Zug und diese Sicherheit und dieses, eben, man darf sich seiner Wirkung bewusst sein und man darf sie auch dann leben, ja, und sagen, gut, ich weiß, wenn ich in den Raum gehe, ich bin groß und wenn ich da jetzt irgendwie dynamisch den Raum betrete, also ich muss mir das jetzt selber nicht vorschreiben, aber manche sind sehr zögerlich, wenn sie irgendwo in ein neues Umfeld kommen und da hast du schon einmal eine ganz andere Wirkung, als wenn du, ja, eine gewisse Kraft vermittelst. Ja, das ist ja wohl auch etwas, was vielleicht mit dem Älterwerden, glaube ich, auch kommt. Ja. Also für mich ist immer das Schwierigste, ist sehr junge Menschen zu coachen, weil einfach Lebenserfahrung etwas ist, was man nicht, leider nicht lernen kann und auch nicht mit einer Tablette einnehmen kann, sondern die kommt halt mit den Jahren und ich möchte es nur auch festhalten hier in diesem Podcast, denn genau darum geht es, dass auch du uns hier sagst, das ist ein Wachsen, sich zu zeigen. Obwohl ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele junge Gäste jetzt, weil wir ja auch drei, die das abwenden wollen. Das wollte ich dich fragen. Also spürst du da einen Unterschied, ob die Jungen, sind die da noch anders als die, weiß ich jetzt nicht, André Hellers oder diese gereiften Persönlichkeiten oder ist da die junge Generation heute schneller zum Beispiel als das wir waren? Also ich bin ganz, ganz oft extrem überrascht bis beeindruckt, dass ich mir denke, also als ich jetzt die Song Contest-Starterin Karlin zu Gast gehabt habe, da habe ich mir gedacht, die hat eine Sicherheit und die, natürlich auch, wenn du eine Tänzerin bist, seit die dreieinhalb war, hat die Ballett gemacht und hat dann ihr Leben lang getanzt. Die hat schon einmal von ihrer Haltung und und und. Die Attitude, so richtig. Genau, die Attitude hat voll gepasst und da habe ich dann auch gesagt, ja, weil zuerst wollte auch, da hat es geheißen, das Management muss daneben sitzen und ich habe gesagt, würde das für dich passen, wenn wir das zu zweit machen? Und sie hat sofort gesagt, überhaupt kein Problem und hat wirklich auch auf Fragen wie nach ihrem Vater, der eine schwierige Geschichte hat und alles mit einer Sicherheit beantwortet. Und ja, vielleicht hast du dann keine Rilke-Zitate oder anderes, also es sind natürlich auch andere Themen, du spürst jetzt den Aufbruch, die Aufbruchstimmung und wie die jetzt so eine große Chance verwandelt wie den Song Contest, aber das finde ich auch sehr toll, ja, zu merken, in dem Alter mit 29, wo bist du da gerade und wie professionell dir das aufgearbeitet, also aufbereitet hat. Also es sind vielleicht andere Themen, aber auch extrem spannend, also ich finde gerade da, oder wie ich den Adrian Goiginger jetzt, diesen Regisseur, der mit Die Beste aller Welten, da war der 22 und hat einen riesen Erfolg gelandet. Also das sind schon extreme faszinierende Geschichten und dass er verheiratet ist, seine Frau an seiner Seite sehr gläubig ist und plötzlich sprichst du mit dem über Freikirche und dass er jeden Sonntag am Abend Bibelkreise zu Hause macht. Also man muss aufpassen, dass man als jemand, der schon einige Jahre gelebt hat, nicht, das war ja früher, glaube ich, einer der größten Probleme für den General, oder Gründe für den Generationskonflikt, dass man da nicht überheblich wird und sagt, naja, die haben jetzt so wenig zu sagen, weil die haben noch so wenig Jahre gelebt. Aber du kannst auch schon sehr viel erfahren haben, wenn deine Eltern sich scheiden haben lassen und so wie bei der Karlin. Und sie war damals 18, aber manche sind 10 oder 8 gewesen und sind dadurch extrem geprägt. Und auch in dieser Social-Media-Welt, ich finde, das ist schon auch ein Beschleuniger. Also du musst dich, oder sollst dich, oder willst dich zeigen. Und du wächst heute vor der Kamera, oft de facto. Und du zeigst dich ja dann nicht deiner Klasse nur, sondern du zeigst dich hunderttausenden Menschen, die dir folgen oder Klicks, die du generierst. Da musst du schon auch überlegen, was will ich eigentlich in die Welt bringen. Ich glaube, dass das schneller geht. Siehst du da auch einen Unterschied, wenn ich, ich überspitze es jetzt bewusst ein bisschen, also wenn ich so denke an Falko und Co-Zeiten oder Jürgens, also da wissen wir bei allen Dänen, die waren verschiedensten Substanzen bis zumindest dem Wein zugetan und haben bei Gott ihre skandalösen Leben geführt. Also das war so ein bisschen noch die Rockstar-Generation, sage ich. Und heute, wenn ich Frühstück bei mir höre, höre ich eher mal die Chia-Samen-Frühstücke und meditieren. Also es ist irgendwie, kommt mir vor, reiner geworden, sauberer, weißt du, was ich meine? Aber vielleicht spricht man auch nicht so viel darüber. Aber es ist für mich die Frage, also ich sehe nur so, wenn ich so drauf schaue, da hat sich irgendwas verschoben. Ist das, weil es kam ja früher ein bisschen dieses Gefühl, dass Rockstars und so irgendwie spannend sind, weil es halt so Sex, Drugs und Drugs Roll ist ein bisschen schmutzig und ein bisschen grittig und so. Heute kommt es mir oft sehr clean vor, sehr reflektiert. Ich höre sehr viel so aus Selbsterfahrungsthemen und sich annehmen und so weiter. Das war irgendwie nicht so. Hat sich, wenn du da so zurückschaust über die vielen Jahre Frühstück bei mir, so ein Grund, der Grundakkord ein bisschen verschoben? Also könnte sein, ist ein interessanter Gedanke. Aber zum Beispiel wie beim Dorsten Einersohn, der hat auch gesagt, der ist sechs Jahre lang fast jeden Abend weggegangen, hat sich sozusagen mit dem Alkohol halt weggeblassen. Wenn man das so will, hat er auch gesagt, er hat, ich weiß nicht, wie war es anderes genommen. Sein Bruder ist gestorben an einer Überdosis Heroin. Also bei ihm war dann dadurch, dass er da wirklich einen Cut gemacht hat, jetzt eine, dann wieder ein sehr gesundes Leben da. Aber ich glaube, das gibt es nach wie vor. Ich habe nur lachen müssen bei ihm, weil da hat man gemerkt, welche Nuancen es bei Alkoholproblemen gibt, wo er dann gesagt hat, ich habe es immer nach Hause geschafft und ich habe nie in ein Taxi gespieben. Auch da gibt es verschiedene Arten, das zu messen. Vielleicht ist es auch jetzt durch Social Media, dass man es nicht so vor sich her trägt, weil wenn einmal so ein Foto viral geht und ich spüre schon auch bei vielen, dass sie jetzt noch ein letztes Mal, weil das jetzt gerade so aktuell ist, wie ich bei Sascha Huber, diesem Fitness-Influencer, zwei Millionen Abonnenten auf YouTube, 650.000 Follower auf Instagram und der hat mich dann zum Bahnhof gebracht und wir haben wirklich, der Zug, wir haben fünf Minuten gehabt und er hat gesagt, das könnte sich ausgehen und seine Freundin war auch im Auto und hat gesagt, man muss schneller fahren, schneller fahren, sonst schafft man es nicht. Und er hat gesagt, das können wir uns nicht leisten, weil wenn da jetzt irgendwo jemand uns erkennt und dann ein Video macht und ich habe dann auch den Zug versäumt. Achso, ich suche. Wir haben es nicht geschafft, er ist gerade weggefahren, wie wir eingefahren sind. Also Social Media ist schuld, dass Claudia Stöckl mit dem Zug verpasst hat. Indirekt. Aber du merkst, wie die sich bewusst sind oder wie ich dann gefragt habe, wo er wirklich treu, wo die Freundin wirklich treu ist. Im Interview hat er gesagt, wir könnten, wenn meine Freundin in Salzburg mit irgendeinem unbekannten Mann herumgeht, habe ich in der Sekunde von hunderten Fans Fotos, die sie mir schicken. Eigentlich Wahnsinn. Ja, also ich glaube, jeder, der überhaupt, wenn man so aufwächst, ist sich bewusst, wie beobachtet er ist oder sie. Und das macht einen Unterschied. Du glaubst sehr wohl, dass heute Junge vielleicht früher mit mehr durch sein können und tatsächlich vielleicht früher reif sind, als das unsere Generation noch war. Vielleicht sind sie da auch ernsthafter geworden. Und vielleicht fehlt oft diese Unbeschwertheit, mit der der Falko im Lokal Wiener gesessen ist. gestorben ist er, da war er 40. Ich weiß noch die Zeiten, wo der Bernd Schlacher den Wiener geführt hat und jeder hat gesagt, ja, da sitzen Fendrich, Ambrose, Falko, alle bis vier in der Früh. Und ja, da ist sicher auch einiges Atomkonsum passiert. Inns gab es eine berüchtigte Disco, da war ich ein paar Mal unterwegs und da ist halt manchmal Falko und Co. einfach reingekracht und da haben wir einen Spaß gehabt, undenkbar in Social Media Zeiten. Eben, und dieses immer beobachtet und immer fotografiert werden zu können, das ist, das hat auch schon der Niki Lauda, der ja mittlerweile fünf Jahre, vor fünf Jahren gestorben ist, aber ganz viele haben, sagen mir, älteren Seesmeisters, Gott sei Dank hat das mit Social Media später begonnen, weil früher haben wir, ich weiß noch einmal, war ich mit Udo Jürgens am Wörthersee und da war so eine Journalistenrunde und da hat er sich vorgenommen, einen Journalisten, der über ihn negativ geschrieben hat, wirklich dort unter den Tisch zu trinken und das ist ihm, ich meine, ich kann sagen, es war Georg Kindl und das ist ihm wirklich gelungen, dass ein Tequila nach dem anderen bis der flach gelegen ist und dann gebrochen hat und irgendwann hat dann Udo Jürgens Panik bekommen und hat dann gesagt, das steht jetzt vielleicht morgen in der Bild-Zeitung Udo Jürgens, der Gesangstar hat einen Journalisten irgendwie zum Kollabieren gebracht, also dann hat er, aber das war dann um vier in der Früh hat er irgendwie überlegt, das könnte jetzt Konsequenzen haben, du heute, wenn da alle mit ihren Handys sitzen und da ist einer grün und einen Superstar daneben, hast du viele Postings, ja und das glaube ich schon, dass das verändert irgendwie. Das heißt, in der Wirkung, wir hatten die Persönlichkeit, wir hatten die selbst, das Selbstbewusstsein über alle Generationen, über alles hinweg. Die Leidenschaft, dieses Feuer, ganz wichtig. Und du hast auch, ich glaube, anlässlich des Interviews mit Harald Schmidt geschrieben, das Schnelldenken, das Schnellaffassen und das Schnellantworten, also auch mal hell auf der Platte zu sein, schadet nicht für Wirkung. Also du merkst, einfach Schlagfertigkeit, wenn jemand auch irgendwie sofort das in eine Pointe umwandelt oder einfach was zu sagen hat, du sagst was und zack, irgendwie ein kluger Gedanke, das ist natürlich extrem wichtig, dass es intelligente Menschen sind. Vielleicht, wenn wir da sozusagen diese Promi-Kiste noch abrunden, was ich das Gefühl hatte, dass dich auch wirklich, du hast es vorher erwähnt, Niki Lauda, Udo Jürgens, Falko, dass dich da tatsächlich wirklich tiefe, da sind Freundschaften oder zumindest sehr tiefe Beziehungen auch entstanden, Zum Beispiel gerade bei Niki Lauda, das habe ich dann erst später erkannt, wie sehr der eigentlich auch meinen Weg gestützt hat. Also da war mal eine Präsentation eh von dem Frühstück bei mir Buch und da habe ich ihn gebeten, dass er ein paar Worte auf der Bühne sagt und der hat sich nur hingestellt, da waren alle Chefs, also vom Generaldirektor, Hörfunkdirektor, Ö3-Chef so und so und ganz viele Journalisten und hat gesagt, ich sage euch nur eins, lasst die weitermachen, so wie sie will, die macht das super, auf Wiedersehen, Dankeschön. Und so war das, das war die Rede von Niki Lauda und die hat einfach gesagt, lasst sie in Ruhe, die macht das großartig und eben auch allein von so einem Star in unserem Land, also eine sehr prägnant, wie er halt war, eine ganz große Wertschätzung und von dem konnte ich auch immer anrufen, egal wo er und wenn er gerade wo angekommen ist, also gelandet ist oder gerade in irgendeinem Stress war, aber der hat gefunden, dass ich das gut mache und dass das gefördert gehört und dass ich alles von ihm haben kann. Also und das ist natürlich schön, wenn du merkst, ohne dass du da großartige Überzeugungsarbeit leistest, du bist so wie du bist, da sind wir jetzt wieder in der Authentizität und dass es dir Sicherheit geben kann und das kann ich auch wirklich nur weitergeben, jeder hat solche Schätze in sich und viele sehen das überhaupt nicht, sondern erzählen sich lieber selber, was alles nicht passt und es gibt so viel, was passt und wenn du dann spürst, deine Wirkung auf Menschen und dass die auch wirklich für dich sprechen und darauf hinweisen, was da eigentlich alles da ist und wie besonders das ist. Weil ich habe oft gedacht, bitte, das ist überhaupt nicht besonders, was ich mache, ich stelle Fragen, meine Fragen stellen kann wirklich jeder, ja, denkt man sich, bis man mal Fragen bekommt und man sich denkt, naja, das war jetzt und das muss man mal auch für sich erkennen, das ist besonders, was ich mache, da gibt es diesen Funken, diesen Glanz, den habe jetzt nur ich und das kann jeder finden in sich und ich glaube, wenn du dir dessen bewusst bist, dann ist deine Wirkung auch besonders groß. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr besser auf den Punkt bringen, Claudia und um es zurückzugeben, ich glaube natürlich, dass auch die Persönlichkeit und die Selbstbewusstsein und das Feuer, das du hast, genau der Grund dafür ist, warum die Menschen so gerne zu dir kommen, sich so öffnen und deine Interviews so einzigartig sind. Ich werde nie vergessen, ich habe einmal Gerd Voss interviewt im Burgtheaterstar, der ja jetzt auch schon lange gestorben ist, Schauspielstar und das war auch so ein Schlüsselmoment, da bin ich gekommen, das Villa im 19. Bezirk, ganz toll, ich war, dass ich da, es ist ja nicht immer, dass man nach Hause gelassen wird und da war ich eben auch noch eher schüchtern und nicht so selbstbewusst und dann habe ich gesagt, Herr Voss, ich freue mich so, dass ich sie kennenzulernen und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, und ich freue mich erst, sie kennenzulernen und ich war eben auch so, der, der da, ich weiß nicht wie viele Vorspielungen bejubelt wurde und die größten Filme und Auszeichnungen dreht, sagt zu mir, er freut sich, mich kennenzulernen, aber das ist eben Selbstbewusstsein, hallo, ja, also das kann ich nur, bei mir hat es lange gedauert. Ich wollte sagen, also dass du das, würde ich das jetzt sozusagen aufnehmen, was du mir erzählt hast und dann würden wir uns zurückbeamern mit der Zeitmaschine und dann spiele ich dir das 1997 oder so vor, würdest du wahrscheinlich sagen, never ever, oder? Nein, nie. Magisch, ne? Ja, und das ist ja das Spannende. Ich habe jetzt vor kurzem mit dem Philipp Madertaner, der war auch bei mir zu Gast, der so einen Kampagnenleiter und Bücher geschrieben hat, auch einen Business-Boskast macht und gestern habe ich ihn getroffen und da haben wir eigentlich über sein Büro gesprochen, ja, zu einem ganz tollen Design-Büro. Beste Ausblicke über Wien. Und dann habe ich, ich hoffe, ich blaue jetzt nichts aus, aber dann habe ich gefragt, ob er das heute wieder so machen würde und dann hat er gesagt, jetzt, wo ich drauf schaue, würde ich es anders machen. Also es muss nicht so bombastisch sein. Es hätte auch mit ein bisschen weniger sehr viel Wirkung gehabt. Aber ich weiß, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dafür entschieden habe, habe ich es zu dem Zeitpunkt, mit dem, was ich gewusst habe und was ich mir vorgestellt habe, zu 100% richtig entschieden. Und ich glaube, das ist eben, was Entwicklung ist. Man muss sich immer sagen, auch bei Dingen, die nicht so funktioniert haben, zu dem Zeitpunkt habe ich es bestmöglich gemacht. Oder Interviews. Es ist jetzt nicht jedes Interview die Welle der Bekenntnisse. Es gibt auch Interviews, da gehe ich raus und denke mir, puh, haben wir da was mitgenommen? Oder irgendwie ist es nicht abgehoben? Aber ich habe mich bemüht. Und ich glaube, das muss man auch sich zugestehen. Dass man immer so einen bestimmten Entwicklungsstand hat und man kann sich nicht selber überholen. Unser gemeinsamer ehemaliger Kollege Michael Stuller, jetzt Psychiater, genau hier, wo du sitzt, gesagt hat, das stimmt schon. Es ist, was es ist. Also es ist Gott so, wie es ist. Ich tue es bestmöglich. Aber es muss nicht immer perfekt sein. Zum Abschluss, Claudia, weil wir so viel auch über Tiefe gesprochen haben und ich glaube auch, dass du Persönlichkeiten deswegen anziehst, weil auch du dein Leben an deiner Persönlichkeit immer gearbeitet hast. Und ich glaube, sowas connectet dann. Also ich glaube, dass das Dumpfbacken sich schwer tun wäre, dann prominente Interviewpartner zu finden. Und ich glaube, dass die in einer dieser Komponenten, die ist auch deine soziale Hingabe. Du hast es bereits angesprochen, Zukunft für Kinder ist ein Projekt, das du über ganz, ganz lange Zeit begleitest. Es geht um Kinder in Indien und diesen Kindern eine Chance auf Bildung zu geben. Du hast da auch wunderschöne Dinge mitgebracht, Claudia. An der Stelle, wenn du uns nur hörst, schau doch mal rein auf YouTube und auf Spotify, da kann man uns auch sehen. Ja. Und dann siehst du, du kannst das ruhig mal auch zu dir nehmen. Ja, bitte, gerne. Was ist das, was da produziert wird und was ist die Geschichte hinter diesem wunderschönen Ding? Also, ich komme überhaupt zu diesem Projekt. Ich habe, als ich mit, eigentlich immer schon sehr, es war vielleicht eben auch da meine Mutter oder meine Eltern, dieses Hinschauen in andere Welten. Wir sind auch recht viel gereist. und dann in diese, wir haben eine Reise mal nach Sri Lanka gemacht, da war ich 13, wo die Kinder am Strand sozusagen vor dem Hotel gestanden sind und ihre Muscheln verkauft haben und wir sind dann mit einem Bad nach Hause gegangen und da ist gemerkt, da ist nichts, da ist eine Hütte und da schlafen sie zu zehnt irgendwie auf zwei Pritschen und das hat mich immer sehr beschäftigt, diese große Kluft zwischen Arm und Reich und als ich dann durch die Sendung auch etwas bekannter wurde in diesem Land, wirst du auch sehr viel zu Charities eingeladen und habe mir immer insgeheim gewünscht, ich hätte gerne ein Projekt, wo ich vom ersten Euro, der eingenommen wird, bis dort, wo er dann ausgegeben wird für andere, einfach die Kette kennen und auch mitbestimmen kann und das ist dann in mein Leben getreten durch Zukunft für Kinder. Es ist ein kleiner Verein in Kloster Maulburg, hat sich gebildet, 2002 ist er gegründet worden durch ganz ambitionierte Lehrerinnen und Psychotherapeutinnen, die einen Ordensbruder in Indien kennengelernt haben, der Kinder von der Straße holt und das ist das, was wir machen. Ich bin dann dazu und habe dann gleich gemerkt, das ist so engagiert und da ist so viel Leidenschaft drinnen und diese ehrenamtliche Arbeit und dass man hinfahren kann, die Kinder kennenlernen, da kann jederzeit, jeder ist eingeladen, auch die, die uns jetzt zuhören, man kann vor Ort mitarbeiten, man kann sich auf verschiedenste Weise auch bei uns einbringen. Also wir haben ganz klein begonnen, da hatten wir 80 Patenschaften und jetzt stehen wir bei 1000 Patenschaften und können, wie ich jetzt merke, ich mache das seit 2006, seit 18 Jahren, wie man das Leben verändern kann. Es ist so faszinierend, man hat die Kinder, die auf Karton sitzen, auf der Straße, die betteln, die schmutzig sind, die wirklich dort ins tiefste Elend geboren wurden und bei uns aufgenommen werden und dann beginnt das mal, sie bekommen ein Bett, sie bekommen was zu anziehen, sie bekommen Schuhe, sie bekommen drei Mahlzeiten am Tag und dann können sie in die Schule gehen und mit der Bildung verändert sich natürlich die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, nämlich das wird eigentlich dann zur Selbstverständlichkeit. Also hinter 1000 Patenschaften stecken 1000 Kinderleben. Ja, wir brauchen da manchmal für, wenn sie dann schon aufs College gehen, brauchen wir zwei bis drei Paten pro Kinder, weil natürlich die Kosten dann auch. Ja, die Kosten steigen, aber das sind konkrete Leben, die sich ändern dadurch, dass man weitergeht. Und wir haben schon Arbeitsplätze geschaffen, beziehungsweise auch dort, es gibt ganz viele, die schon arbeiten als Buchhalterin, als Lehrerin und wir haben dann eben auch junge Frauen, die bei uns, wir haben Werkstätten gegründet, weil ich eben auch überzeugt bin, dass die, die, du willst was tun im Leben, also du willst ja nicht reine Spendenempfänger sein, wenn du dann in einem Alter bist, wo du schon mitarbeiten kannst und deshalb freuen wir uns über alle, die zum Beispiel, also das sind Täschchen, das machen junge Frauen, die da jede mit Paillettenherzen, da wird jede Paillette einzeln gestickt oder das sind so Perlentäschchen, bei Perlenfädeln ist ein ganz großes Handwerk in Indien, die gibt es in allen Farben, da wird jede Perle einzeln gefädelt und für das, was wir hier verkaufen können, können wir halt diese Arbeitsplätze auch halten, junge Frauen, die jetzt nicht nur, in Indien ist ja auch diese Arranged Marriage sehr, noch immer eine Tradition, dass dann Eltern aussuchen, den Bräutigam und dass das eben alles sehr verpflichtend ist, wie man dann heiratet, sondern die einfach ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben führen können und auch selber für ihre Familien sorgen und ja, deshalb mache ich das mit großer Begeisterung. Und du hast hier sozusagen auch die Gewissheit, du weißt, das ist ein Täschchen oder so eine wunderschöne Tasche, da weißt du genau, wo es herkommt, kommt nicht aus irgendeinem anonymen Ausbeuterwerk. Nein, das wird konkret, wir haben auch ein Tagesheim für Kinder oder nicht Kinder, sondern Jugendliche machen das mit Behinderung, also da gibt es zwei Mädchen, die sind taubstumm um 18 Jahre alt und die haben die größte Freude, das zu sticken und zu machen und dann bekommen sie eben extra Geld dafür, können das in ihre Familien bringen und ich bin teilweise dabei, wenn das gemacht wird und darum versuche ich ja hier immer die Geschichte zu erzählen, weil da kaufst du ja meistens auch eine Geschichte. Ja eben. Aber wir freuen uns auch über Patenschaften, die man nimmt und alles, wie man eben so ein Projekt unterstützen kann. Zuletzt, weil wir im schönen Österreich wohl dir die Frage öfter gestellt wird, haben wir nicht selber genug Sorgen. Darum stelle ich die Frage jetzt hier stellvertretend, die man dir wohl aufgestellt hat, warum gerade Indien? Ja, weil es mich das Leben dort hingespült hat und für mich, ich sage immer, das ist wie ein Puzzle. jeder von uns sollte einem, dem es so geht, dass er etwas weiterzugeben hat und ich würde sagen, gerade in Österreich sind das sehr, sehr viele Menschen, sollte einen Puzzle-Stein nehmen und sollte sagen, in diesem Puzzle der vielen Projekte und der vielen Menschen und Gebäude oder wer auch immer, der Tiere, die Hilfe brauchen, entscheide ich mich vielleicht für meinen Puzzle-Stein und das kann der Steffansdom sein, das kann die Obdachlose Familie in Indien sein oder das kann das Kind mit Beeinträchtigungen in Österreich sein. Mein Puzzle-Stein wurde durch viele Fügungen dieses Projekt und ich habe für mich gelernt, man muss sich fokussieren. Ich mache natürlich mit Ö3 immer auch Licht ins Dunkel und das Weihnachtswunder, aber ich bin Obfrau, ich bin verantwortlich. Wir brauchen 650.000 Euro im Jahr und das muss man mal neben seinem Job aufstellen und ich habe die Verantwortung für diese Kinder und Jugendlichen. Es sind 300 allein in Kalkutte übernommen und merke, was man dann aber auch bewirken kann, wenn man sich fokussiert auf etwas. Also das ist in ganz vielen Lebensbereichen so und freue mich über alle, die die Puzzle-Steine auch für österreichische Projekte nehmen. Nur für mich, meine Freundin zu mir hat einmal gesagt, du bist die Meisterin des bedingungslosen Ja, hat sie zu mir gesagt. Sie hat gesagt, das ging um unsere Freundschaft. Du sagst ein bedingungsloses Ja zu unserer Freundschaft, weil wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann bin ich da, was immer der oder die braucht. Und bei dem Projekt brauchen die auch mein bedingungsloses Ja. Weil wenn ich mich da zersplittern würde, dann so viel Zeit und Kraft habe ich dann nicht. Aber ganz sicher gibt es ganz viele Menschen in Österreich, die Unterstützung brauchen und ich bin ganz sicher, dass es auch viele gibt, die dann dort eher unterstützen. Aber es geht sich alles aus, das ist ja das Schöne. Ja. Und für mich ist es so, ich habe eine Form des Elends gesehen in Kalkutta, wer einmal in den Slums gestanden ist. Man merkt sich vor allem den Gestank. Es gibt keine Toiletten, es gibt Müllberge rundherum, es gibt Hütten, die sind aus irgendwelchen Bambusstäben und dann wird mit Zeitung noch ausgeklebt und wenn der erste Monsunregen kommt, ist wieder, ist die junge Mutter mit ihrem Babys wieder im Freien und im Schlamm. Und es sind Zustände, die sind furchtbar. Und da denke ich mir, wir alle haben eine Verantwortung, dass es diesen Menschen besser geht. Warum sollen wir fast den ganzen Kuchen haben? Warum? Und das ist eben etwas so. Der Gedanke treibt mich an, es ist ungerecht. Ja. Ja, das Ja, das zieht sich durch dein ganzes Leben. Ja, ich liebe es, weil ich finde, man muss aufhören, Dinge immer an Bedingungen zu knüpfen. Ich helfe die Kinder dann, wenn ich gerade irgendwie meine Yogastunde absolviert habe und drei Tage Wellness hinter mir. Nein, ich helfe ihnen, wann immer ich kann. Und so gibt es so viele Bereiche im Leben oder mein Job. Wahrscheinlich ist die Sendung so erfolgreich, weil ich auch bedingungslos Ja dazu sage, zu allem, was das ganze Beiwerk ist und was notwendig ist. Und es hat wahrscheinlich auch mit Wirkung zu tun. Ich glaube, wenn Menschen für sich, egal was, ob sie das zu einem Partner sagen oder zu einem Kind oder zu den Schulden, die sie haben, wo sie dann sagen, okay, die habe ich jetzt aufgenommen, weil das will ich jetzt und das zahle ich dann ab. Und wenn es 20 Jahre dauert, dann wird es ganz sicher oder ziemlich sicher funktionieren. Also wirklich ein Ja zum Leben. Ja, das stimmt. Das ist ja schön. Liebe Claudia, ich hätte, glaube ich, noch eine ewige Liste, aber dann würden wir jetzt fünf Stunden lang her sitzen. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du bei uns warst. Dann bekommst du mir einen Elefantenschlüssel anhängen oder darfst du dir da einen aussuchen. Es gibt mehrere Farben, da wolltest du schon immer einen haben. Das ist ein Glückspringer. Elefante sind Glückspringer. Da freue ich mich wirklich drauf. Dankeschön. Wenn du zugesehen hast, zugehört hast, Zukunft für Kinder, ein ganz wunderbares Projekt. Da findest du alle Informationen dazu. Wir werden dir das hier unten auch verlinken. Sehr gut. Und ich hoffe, du hattest einen tiefgehenden Podcast, den du hier erlebt hast. Und danke dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Claudia. Gerne. War sehr schön. Danke. Hey!